Mein Name ist David Sarkar, wir sind heute hier im Tierheim Schessinghausen und haben Peppermint Patty, eine sehr schöne schwarze Katze, 2004 geboren, ist seit einem Jahr hier in Schessinghausen und sucht ein neues Zuhause. Ja, die Katzendame Peppermint Patty hat eigentlich ganz so leichtes Leben hinter sich. Sie war mit einem Haushalt, wo sehr, sehr viel los war, darum hat sie etwas Angst für Berührung. Sucht aber dennoch sehr die Nähe des Menschen, kommt auch kuscheln, aber man sollte eben nicht permanent von sich aus sie streicheln, das mag sie nicht so gerne. Aber mit der Zeit, wenn sie sich auch an Menschen gewöhnt, dann kann man auch mit ihr sehr gut auskommen. Sie ist halt eine Dame mit Charakter und kein reiner Kuschelkater. Insofern sucht sie auch einen Menschen, der halt viel Erfahrung mit Katzen hat und auch weiß, mit ihr umzugehen. Und ich denke, dann kommt man auch sehr gut mit ihr aus. Ja, Peppermint Patty sucht auf jeden Fall ein ruhiges Zuhause. Die Katze sollte auch vornehmlich als Einzelkatze vermittelt werden. Sie hat eben nicht so viel Erfahrung in ihrem Leben mit anderen Katzen und mit Kindern gemacht, daher gerne auch ältere Leute. Sie ist ja auch schon eine ältere Dame und ich denke mal, wenn man dann entspannt und gelassen mit ihr das Leben angeht, dann kann man sich mit ihr auch sehr gut anfreunden. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut hier im Tierheim Chessinghausen und ein bisschen mit Patty eine schöne Zeit verbringt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.